Hallo Leute und herzlich willkommen zum weiteren Minecraft Video. Heute eine kleine Runde Survival Games auf dem LBSG Server und es geht schon gleich los. Heute eine etwas spezielle Runde Survival Games. Ich habe hier ein Aufnahmeprogramm und heute spielen wir mal eine Runde mit dem Aufnahmeprogramm. Keine ahnung ob ja die Qualität besser oder schlechter ist. Ich hoffe mindestens gleich gut hoffe ich mal. Und direkt mal gefällt. Kann man mal machen. Ich habe keine Waffe. Egal die Hälfte auf K wie immer. Ihr könnt jetzt in den Kommentaren so entscheiden ob es bleiben soll oder nicht. Oder halt ein Dislike geben wenn ihr es scheiße findet. Oder aber. Und ja. Was mehr hat, was mehr Stimmen hat, das ja will ich dann halt aufnehmen. Mit oder ohne. Dann war es eine kleine Waffe. So so so. Da brennt was. Geht es dort unten weiter. Sieht gefährlich aus. Ich gehe da mal nicht dran. Und da. Jetzt da weiter. Und ja eine Kiste. So dann nehmen wir mal die Sachen alle raus. Stock habe ich. Brauche ich also nicht. Ich finde nur Leder Sachen. Und zumindest eine etwas bessere Waffe. So dann nehmen wir mal die Sachen. So dann nehmen wir mal das ab. Was geht es dort weiter? Licht. Ist dort oben auch noch was? Nein sieht nicht danach aus. Ah da ist noch eine. Köln wieder drauf. So haben wir die auch. Hat auch etwas bessere Rüstung und kann mir schon ein Eisenschwert machen. Mann komm. So. Und die Sachen bagen sich einfach immer rum. Man sollte eigentlich auch noch eine Dingensbrustplatte haben. Goldbrustplatte. Aber das Spiel will sie mehr nicht geben. Egal. Dann gehen wir mal in die Mitte um zu schauen ob dort ein Gegner ist. Risiko. So. Und in der Mitte ist jemand. Oder? Ah jetzt ist die Brustplatte da. So. So ein Risikpunkt mehr. Gegner. Hier ist jemand hinter mir. Gegner. Wo war der nochmal? Ist er zurück? Er ist da. VIP. Mbabuki. Also zeig mir was du drauf hast. Ok ist weg. Was mir auch noch neulich aufgefallen ist. Wenn man jemandem eine Dreierkombo oder mehr gibt. Fliegt er aufs Spiel. Das ist mir schon ein paar mal passiert. Mit. Also wenn ich hinter. Alter noch mehr Spieler. Wieso auch nicht? Und sogar ein Team. Wieso auch nicht? Oder ist das ein Team? Scheiß ab. Alter ich töte dich jetzt. Lass dich nicht abstammen. Danke vielmals. Ist das auch noch jemand? Kuchen? Er hasste keinen. Was kann man da machen? Gar nichts würde ich mal sagen. Alter dort ist ja noch jemand. Habt ihr es mal mit den ganzen Spielern? Fuck ne ich hab gar nichts. Der will offenbar Team. Okay ich wähle Team. Okay ich wähle Team. The Girl Gamer. Soll ich eine Frau schlagen? Ich hab schon viele erlebt, die mich betrugen haben, so gesagt. Also nicht betrugen, sondern verarscht haben. Dass sie zuerst gesagt haben. Hey lass Team. Und dann greifen sie mich an. Und deswegen mach ich auch keine Teams. Weil. Okay. Der ist weg. Oder sie. Vom Namen her würde ich sagen. Sie und ich haben die erschwert. Läuft bei mir. Geile Runde würde ich sagen. Boah kann man da schnell abbauen. Hab mich fast runter gebaut. So. Full Iron haben wir auch schon fast. Würde ich mal sagen. Tue ich die ganzen Dach in die Kiste. Nimm mir die Nähe. Sehr gut. Sehr gut. Und hab schlecht geschaut. Egal. Ah dort ist ja jemand. Das hat sich ein bisschen getan mit der Rüstung da. Das ist glaube ich keine Chance. Da ist ein Hacker. Hm. Ne. Oder? Nein. Keine Ahnung. Ob es jetzt ein Hacker war. Oder nicht. Oder tauchen die erschwert. Ne war nun. Was? Ah ich hab gewonnen. Also ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Um eine positive Bewertung würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.